Moin aus der Region Hannover. Leute, mir ist ein Fehler unterlaufen. Die vermeintliche Ulmus Paviflora, die chinesische Ulme, die ich vor kurzem vorgestellt habe, ist gar keine. Ich lese es jetzt mal ab. Das ist eine Ulmus Hollandica Jacqueline Hiller. Ich muss mich dann gewöhnen an dieses Jacqueline Hiller. Und das ist eine Ulme. Aber offensichtlich keine chinesische Ulme. Grundsätzlich, mein Kumpel hat den Baum mitgebracht aus Asien. Ich glaube in den 90er Jahren, also seit über 30 Jahren steht er jedenfalls schon in seinem Garten. Und da war ich von einer chinesischen Ulme ausgegangen, weil ich die japonica die anderen Arten kenne. Die chinesische nicht. Und die Jacqueline Hiller auch nicht. So, jetzt habe ich da wieder was dazugelernt. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und habt auch dazugelernt. So, heute geht es mal um Abmusungen. Ihr werdet es gleich sehen. Es ist ein bisschen was passiert in den letzten Tagen, oder vielmehr heute Morgen, sehr früh schon. Und ich will das jetzt mal zusammenschneiden. Und dann seht ihr das in einem Rutsch. Und dann mal gucken. Okay, bis dahin. Tja Freunde, das ist nun die Abmusung, die ich vorhin aus dem Garten meines Kumpels geholt habe. Und ich werde hier immer gefragt, wie viel schneidest du denn ab, damit die Wutzeln dann so halten könnten. Ich kann euch jetzt nicht mal die Abmusung an sich zeigen, weil das ganze Ding dieses Ausmaß hat. Wichtig war mir aber vor allen Dingen dieser innere Bereich. Tja, ich will ihn kompakter als Bonsai ziehen. Das ist die Ulmus Hollandia Jacqueline Hiller. Ulme Jacqueline Hiller. Oder Jacqueline Hiller. Das, was ich fälschlicherweise ursprünglich mal als chinesische Ulme bezeichnet habe, nur weil mein Kumpel, den ich aus Asien mitgebracht hatte, vor 30 Jahren, und so lange auch in seinem Garten schon zieht, es ist keine chinesische Ulme. Aber nun, irgendwas müssen wir machen. Mit dieser Größenordnung, ja, kann man eigentlich nicht besonders viel mit machen, zumal der Hauptteil der Blätter außen liegt. Okay, ich trenne jetzt einige Äste, die von den Wutzeln auch versorgt werden können. Lass immer mal gucken. Guck immer mal, ob da noch eine Spitze, ein bisschen grün dran ist. Das wird eine ganze Menge fallen. Und das Ganze wird dann etwas durchsichtiger und natürlich auch besser topfbar nachher. In dem Fall habe ich jetzt einfach nur vorgesehen, einen Teigpflanzkorb zu nehmen und die da drin erstmal wachsen zu lassen. Die Jacqueline. Was üblich ist hier wohl bei der Art, ist ganz einfach, weil die außen so ein riesen Blattwerk haben, dass sie innen immer wieder Äste verlieren. Ihr seht, da bleibt nicht viel von übrig. Aber darauf kommt es mir auch gar nicht so an. Sondern das, worauf es mir ankommt. Das ist der innere Kern hier. Das hier von der Seite betrachtet, würde ich mal sagen. Dann kann man vielleicht auch mal eben die Wurzeln zeigen. Ich hoffe da ist etwas zu erkennen. Der Wurzelbein ist einfach klasse geworden. Also rundum. Aushaltweise mal in einem dieser schwarzen Behälter. Aber warum ich die nicht mehr nehme, erkläre ich euch gleich. Denn ich hatte ja mehrere Abmodum dieses Jahr gemacht. Und ich habe diese schwarzen Kugeln das erste Mal getestet und bin nicht wirklich begeistert davon. So viele Äste stehen sich gegenseitig im Weg. Die wächst also sehr kreuz und quer. Ich lichte die Krone jetzt aus. So dass überall ein bisschen mehr Licht dran kommt. Hier sind auch schon wieder abgestorbene Zweige zwischen. Dann mache ich da noch einen größeren weg. Jetzt auch die andere Seite. Wenn ich diese Art abmuse und das mache ich jetzt ja schon zum x-ten Mal. Ohne zu wissen was es war. Weil ich mich sonst ja fast nur mit einheimischen Bäumen beschäftige. Dann war ich überrascht, dass mir jemand in den Kommentaren den Beweis gebracht hat, dass ich gar keine chinesische Oma habe. Was mich aber nicht weiter stört. Ich weiß nur nachdem ich diese drei Abmodum geholt habe, die ich vorhin geholt habe, habe ich zwei Sack voll Grün. Die wieder entsorgt werden müssen. So langsam kriegt ihr auch ein bisschen durch Blick. Und ich räume glaube ich erstmal so ein bisschen weg hier. Damit man alles ein bisschen genauer erkennt. Denn das ist ja nicht das einzige was ich jetzt gerade auf dem Tisch habe. Der ein oder andere hat sich ja auch schon so gesehen. Da ist noch was anderes. Zum einen geht es immer darum, man lasse das dran, was die Wurzeln noch versorgen können. Die neuen Wurzeln. Die neuen Wurzeln sind ja bei weitem nicht das gleiche, wie das was vorher am großen Baum an der Mutterpflanze war. Und deshalb ist das nicht vergleichbar. So der Baum wird offen. Ein paar Kürzungen kann man noch vornehmen von den längeren Ästen am Ende. Aber dann ist glaube ich auch soweit alles erreicht. Immer ein bisschen drauf achten wo Knospen noch sind. Denn im Dunkeln, also in der Innenseite des Baumes, wächst dann natürlich nichts mehr draus. Jetzt hat er nochmal die Chance, diese ganzen Knospen hier innen zu mobilisieren. Aber ich möchte auch gleichzeitig natürlich Richtungen vorgeben, die ich denn gerne hätte später. Und muss Hollandia Jacqueline Miller auch. Nicht Jacqueline, sondern Jacqueline Miller. So. Ich räume jetzt auf. Und dann zeige ich euch das Ganze ein bisschen näher. So. Ein klein bisschen Durchblick geschaffen. Hier jetzt also das Endprodukt. So. Warum nicht mehr diese schwarzen Kugeln? Also. Bei einem Aaron, bei einem Deshojo, sind in der Mitte der Kugel die Stellen, die ich entrindet habe, für die Atmosung, sind bei einem Gewittersturm schlichtweg durchgebrochen. Ich dachte eigentlich, diese Klammerung oben und Klammerung unten würden das Ganze besser zusammenhalten. Aber ich habe sowas noch nie erlebt, wenn das Wind exponiert sein kann. Und das ist in dem Fall so. Das steht hinter dem Haus meines Nachbarn. Und dann eben frei. Da sind die Äste in der Mitte durchgebrochen, in der Mitte, wo ich die Rinde geschält hatte. So. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt. Du kannst das Gießen. Guck mal her. Du kannst das Moos gießen hier drin. Dann kommt ein Tag Sonne. Und du kommst nicht am selben Tag dahin. Dann vertrocknet das Ganze schon. Ich musste auch hier, obwohl das jetzt ein ganz anderes Volumen hat als diese hier, das Ganze erstmal in Wasser stellen. Das war nämlich knochentrocken. Nur von einem bisschen Wind seit gestern. Für mich ist das jetzt nicht komfortabel. Ich verzichte lieber drauf. Und gehe nach der konventionellen, nach der alten Methode weiter vor. Mit den Plastiktüten und sowas. Zwar habe ich festgestellt, in den Plastiktüten ist die Wurzelbildung langsamer. Aber diese Fehler tauchen nicht auf. Die habe ich noch nie gehabt. Jetzt kommt noch dazu, wie gesagt, abgebrochen. Eine ist vertrocknet. Und eine, ach ja, habe ich ja hier. Eine Dishojo. Das ist übrigens der aus der kleinen Kugel hier. Aus der hier, hat bis jetzt seit April, seit Anfang April sogar, nur so ein paar Wurzeln gemacht. Und der andere ist, wie gesagt, abgebrochen. Und der andere auch, oder die beiden anderen sind abgebrochen. Hier, den kann ich noch retten. Das glaube ich jedenfalls. Hier nehme ich auch nicht so viel weg. Hier ist nämlich schon ein trockener Ast dran. Der ist also ganz zurückgetrocknet. Da ist noch ein bisschen Leben drin. Der ist tot. Ich nehme auch hier. Dann nehme ich auch mal eine Schere. Da ist dann bitte noch was raus. Und hier muss man dann auch schon darauf achten, dass Platz zum Zurücksterben bleibt. Weil es ja beim Ahorn wieder brenzlig ist. Wie gesagt, die beiden kommen jetzt in den Teichkorb. Bei dem hier sogar mit reinem Sphagnummoos. Ich habe festgestellt, die Ahorne entwickeln sich ganz gut da drin. Und nächstes Jahr kann ich den umtopfen. Es gibt noch so ein paar Wurzelandeutungen oben drüber. Aber das machen wir jetzt einfach. Da ist noch etwas abgestorbenes. Aber das kann auch später raus. Das ist egal. So. Okay. Wie gesagt. Teichpflanzkorb. Und nochmal Teichpflanzkorb. Aber es gibt noch zwei andere aus dieser Richtung hier. Und dann muss ich das Grün auch erstmal entsorgen. Das mache ich dann jetzt erst. und zeige euch nachher, wie es eingetopft ist. Teichpflanzkorb Nummer eins. Jetzt nehme ich hier den Baum in die Hand. Lege die Wurzeln höher und drücke den Stummel, wo sich keine Wurzeln gebildet hatten, in den Korb. Das heißt, ich kann noch ein bisschen höher gehen. Ich verziehe hier nichts, muss ich dazu sagen. Ich drücke es jetzt in den Korb. Dann bleiben die Wurzeln oben. Und nur der abgestorbene Teil, der ja entrinden war, sinkt tief ein ins Moos. Es gibt oberhalb der vorhandenen Wurzeln. Noch ein paar Stellen, wo sich zeigt, dass noch Wurzeln kommen. Ich habe im Garten noch Städtlinge stehen. Stecklinge aus 2018. Genau. Stecklinge aus 2018. Vom A-Horn. Die alle noch ins Frag-Nomo stehen. Ich habe sie dann allerdings in die Erde gesenkt, damit sie im Winter über ein bisschen geschützter von unten sind. Die haben jetzt mittlerweile von aus ihren 10 cm 60-70 cm gemacht. Bei dem hier bin ich vorsichtiger. Den werde ich also erstmal ein bisschen tränken von unten. Das Moos ist nicht mehr so ganz feucht, aber es ist gerade so, dass es hier nicht umfällt. Ich kann es noch ein bisschen drücken, ohne die Wurzeln natürlich zu beschädigen. Da muss ich aufpassen. Das heißt, am Rande drücken und dann schiebt sich das Ganze schon zusammen, sodass der ziemlich fest steht. Kommt wie mein Augapfel auf den Balkon, wo ich ihn dann immer sehen kann. Der nächste Dishojo ist noch nicht so weit. Der hat nur ein bisschen Kallus gebildet bis jetzt. Und die beiden anderen, die an diesem Baum waren, sind wie gesagt vom Wind einfach abgeknickt worden. Und zwar ganz easy, ganz einfach. Es ist nicht mein Ding hier in der norddeutschen Tiefebene, denn wir haben ja nun öfter mal ein bisschen Wind. Es kommt selten vor, dass die Schafe keine Locken mehr haben. Aber es ist nicht ausgeschlossen. So, kommt so auf den Balkon, wird von unten getränkt und kann sich regenerieren. Hoffe ich. Da halte ich euch auf dem Laufenden natürlich, was daraus wird. Und ich hoffe, es ist angekommen. Es ist keine chinesische Ulme, sondern eine Ulmus Hollandica. Ich muss wieder nachlesen. Ulmus Hollandica Jacqueline Hillam. Jacqueline Hillam. So, das ist es. Genau. Also, hier brauchte ich nicht viel Grün wegnehmen, weil ohnehin nur wenig drauf ist. Der Baum kann sich aber mit den vorhandenen Wurzeln versorgen. Ich bin aber ja auch da und sorge immer dafür, dass er ausreichend Nahrung kriegt. Guck mal, schon wieder eine Assel. Wo kommt die wohl hin? Zu meinen Geckos. Asseln haben die Eigenschaft, die halten Terrarien von unten sauber. So. Sorge dafür, dass Kot entsorgt wird so nach und nach. Und man muss nicht jedes Detail finden beim Säubermachen, sondern kann es dann auch dem Tierchen überlassen. Manche erfressen die Geckos dann sogar. Okay. Bis hierhin wäre es das mit dem Baum. So. Bei dem muss ich etwas anders vorgehen. Dann muss ich erstmal raus poolen, was zu sehen ist. Denn ich habe jetzt keinen Teichkorb, der tief genug ist. Aber da sind noch ein paar Zentimeter. Das ist gut. Auf ein bisschen. Jetzt mache ich das. Eine geschärfte Feldbeschere und Sitzfest im Stammband. fast die Kamera getroffen. So, soweit. Jetzt spreizen wir die Wurzeln ein bisschen. Viel mehr kann man nicht machen. Die reißen natürlich ab, die jungen Wurzeln. Jetzt kommt erstmal eine kleine Schicht Moos unten schon rein, in den Korb. So, jetzt passt der Ball gerade rein. Und ich habe hier ein paar Drähte liegen, die ich erstmal von außen um den Stamm lege, damit der mir nicht umkippt. Denn ihr wisst ja, es gibt hier gelegentlich schon mal ein bisschen Wind. Das heißt nicht erstmal, sondern zum Schluss mache ich das. Denn mit dem Moos setzt sich der Baum ja auch fest. Der kriegt wirklich nur Sphagnummoos. Und zwar nicht so wie andere Bäume, zerkleinertes oder sowas, sondern der kriegt die volle Dröhnung hier. Die anderen haben es alle vertragen und das war kein Problem. Und nach zwei Jahren werden sie dann, naja, vielleicht auch früher umgesetzt. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass das hier ein schöner Baum gibt. Und ich nenne ihn auch Jacqueline. Das ist der erste Baum der wirklichen Namen. Nicht nur Schlangen, Salamander und Co. Oder Eidechsen. Nein, dieses Bäumchen heißt Jacqueline. So ein schöner Name. Da sind ein paar kurzzeitig oben liegen. Nach oben gehen. Gut. Das ist gut. Die kann ich schön nach unten führen. Hier auch. Ja, da auch. Ganz vorsichtig. Ein bisschen nach unten führen. Ein bisschen von oben dann mit Moos wieder einzwingen, dass die Wuchsrichtung schon mal vorgegeben ist. Alles andere ergibt sich später. Was man schön sehen kann, ist beim Umtopfen später, bei dieser Art Ulme, ist der Wurzelkranz, der von der Atmosung übrig geblieben ist. Der ist doch schon beeindruckend immer. Aber gut, das dauert zwei Jahre, bis man es dann wirklich sieht. Im Moment sieht man es ja noch nicht. Die müssen natürlich ein bisschen kräftiger werden. Die müssen ein bisschen nachkommen. Also, ich würde sagen, auch soweit versorgt. Bis auf die Drähte. Und da habe ich hier den Kanten Schlauch wieder. Ziehe von außen, von einer Seite durch. So. Na, der Draht ist viel zu lang. So. Gut. Mal so. Wie gesagt, das bleibt ohnehin nicht ewig dran. Wo habe ich jetzt die Drahtschere? Verlieren. Nein. Ja. Und wieder eine Assel. Ja, komm mal her. Mach mal ein bisschen sauber. Spiel kurz vor. Ui. Da liegt ein Gecko-Ei. Leider, leider seit Jahren erfolglos. Da schlüpft nichts draus. Aus irgendeinem Grund ist das Männchen nicht zeugungsfähig. Dafür machen die Eidechsen hier dringend. Ach, apropos Eidechsen. Eine kleine Aufnahme ist mir gelungen, was nachher noch mit dem Bäumchen passiert ist. Ansonsten springen die Eidechsen sofort von dem Bäumchen, wenn ich in die Nähe komme. Eine habe ich noch mit der Kamera kurz erwischt. Und die letzte Sequenz, die hänge ich dann ans Video ran. Mal gucken, ob ich das jetzt noch hinkinkomme, ob das noch lange noch ist. Oder ob ich ein neues Stück Draht brauche. So. Hm. Das sieht gut aus. Das sieht so aus, als wenn ich kein neues Stück Draht bräuchte. Ich müsste nur den Schlauch ein bisschen weiter aufschieben. So. Na super. Nun kann auch nichts mehr passieren. Natürlich werden die beiden Bäumchen jetzt schattig gestellt. Immer schön feucht gehalten. Feucht, nicht nass. Jetzt gebe ich hier noch so ein paar Sachen, die auch noch entfernt werden können. So. So ein paar abgestorbenen Aschspitzen. Das kommt ja eben sehr häufig vor, wenn der Baum so dicht ist. Wenn die Mutterpflanze so dicht ist. Die schmeißt innen alles Mögliche ab. Und hier geben wir einen Teil des Baumes, ein neues Leben. Ich glaube sogar, wenn sich hier was tut, dass ich das Ganze noch weiter zurücknehmen werde. In den nächsten Schritten. Aber das ist alles jetzt nicht nötig. Sondern eine Frage für einen späteren Zeitpunkt. Das ist noch ein bisschen was. Da noch ein bisschen. In den Atmosungen, vor allen Dingen in diesen schwarzen Bällen hier. Ich zeig sie noch mal. Findet man Unmengen von Ohrenkneifer und Asseln. Die sind natürlich jetzt alle in die entsprechenden Terrarien gekommen und so weiter. Je nachdem, was sie sein sollen. Futter oder sonst was. Aber die Ohrenkneifer sind natürlich auf den Balkon gekommen. Für den Fall, dass da noch irgendwo ein paar Blattläuser umlaufen. Denn das sind ja nun wertvolle Blattlaufsvernichter. So, das war jetzt die Olmus Hollandica Jacqueline Hiller. Die Jacqueline. Go is it. So, dann schauen wir, wie die sich entwickelt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wie gesagt, es gibt noch zwei Weite. Die muss ich auch noch verärzten. Da bin ich gerade mal durchs Gestrüpp durch. Ich wollte euch nur einmal zeigen, wieviel Gestrüpp ich hiervon abnehme. Damit man die Grundstruktur, warum ich das abgemust habe, überhaupt sehen kann. Denn man muss ja sich erstmal Gedanken machen, welche Stelle muhst du denn ab? Und mir fiel einfach dieser Stamm und diese Verästelung da am Stamm, so dass man sagen kann, okay, in zwei, drei Jahren kann man damit schon was anfangen. Da ist eine Atmosung natürlich deutlich besser als ein Sämling, ein Steckling oder irgendwas in der Richtung. Hier sind überall so ein paar Spieren, wo die Blätter schon abgefallen sind. Vielleicht vom Transport, vielleicht auch einfach, weil sie kein Licht gekriegt haben. Und da auch. Ja, ist gestorben. Prima. Kein Auto da draußen, den Schatten. Und jetzt muss ich mit den beiden anderen weitermachen. Da ist noch Nassen. Ja, das ein sieht schon so aus, als wenn da nichts kommen würde. Das muss frisch gelegt sein, als ich vorher noch nichts von gesehen habe, bevor ich den vorher aufgehängt habe. Also, wieder mal verlorene Liebesmühe. Und die Mädels sind so K.O. nach der Eierablage. Aber, es liegt in ihrer Natur, dass sie alle zwei bis drei Wochen ein Ei legen, die Leopardgeckos. Ein bis zwei Eier legen. Und ich hole mal nur die Eierleichen hier raus und habe keine Jungtiere. Während bei den Eidechsen natürlich jetzt das Ganze dieses Jahr richtig boomt. Okay. Wie gesagt, die kleine Sequenz mit der Eidechse kommt noch. Und dann muss ich mal gucken, wie weit ich mit den anderen Sachen komme. Ich melde mich vielleicht nochmal wieder, bevor ich das Video dann zusammenschneide. So, Jacqueline die zweite. Dann machen wir jetzt noch ein paar kleine Schnittchen. Dann kommt die auch auf den Balkon in Schatten. Und die dritte entspricht den Formen nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wie ich das gesehen habe, weil ich von unten unter dem Baum stand. Die kommt direkt in den Garten. Wird ordentlich angegossen. Und bleibt da einfach zwei Jahre erstmal stehen, weil ich keine vernünftige Verzweigung habe. Nicht das, was ich ursprünglich gedacht hatte, dass ich sehe. Die zeige ich euch dann wahrscheinlich im nächsten Sommer beim nächsten Gartenrundgang. Da ist jetzt nicht viel zu sehen. Da ist nur viel weg. Viel abgenommen. So. Das sind jetzt die drei Abmoosungen von heute. Beziehungsweise vier. Wobei die letzte halt noch nicht so weit ist. Die kommt erst noch in den Garten. Aber ich denke, wenn man vorausschauend abmoost, dann hat so ein Stamm schon was. Dann hat er schon ein bisschen Pepp von Anfang an. So machen wir es weiter. Okay. Bis hierhin war es das erstmal. Kann man es gut erkennen. Mal durch den Sucher gucken. Oh, ich sehe schon was. Das ist. Mir noch zu lang geht dieser Ast hier vorne weg. Den kürze ich mal auf das letzte Grün ein hier. Mach den auch kürzer. Dann kommt von überall ein bisschen was dran. An Licht meine ich jetzt vor allem. So. Und dann gucken wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Knospen sind überall zu sehen. Die wurden sonst im Grunde im Schatten der Mutterpflanze daran gehindert auszuwachsen. Und so glaube ich, kann es was werden. Das heißt, die sind bisher immer was geworden. Und einige sind ja bei euch schon. Bei meinen Kunden schon. Und von daher, die sind eigentlich ganz zufrieden mit der Art. Ich habe den Umstand nicht gekannt, dass es eine Ulmus Hollandica Jacqueline Hiller ist. Das jedenfalls ist Jacqueline die zweite. So, bevor ich die kurze Sequenz mit der einen Eidechse zeigen kann, die die Blatthose ablöst, abliest, habe ich hier nochmal einen Nachtrag zum dritten Verkaufsvideo. Capinus Betulus, die westliche Hainbuche. Im Garten vorgezogen, im Frühjahr getopft. Steht jetzt auch mit zum Verkauf. War im dritten Video, ich wusste nicht wo sie steht, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht dabei. Und es folgt auch noch ein weiteres Video. Will ich heute mich aber nicht länger mit aufhalten, weil ich jetzt ja noch in den Garten muss. Okay, ich drehe sie noch einmal langsam. Es gibt hier so eine schöne markante Stelle, wo der Kalos schon zugewachsen ist. Vielleicht erkennbar. Im Frühjahr habe ich hier oben die Stelle gekackt, da muss wahrscheinlich nochmal nachgeschnitten werden. Oder vielleicht das Ganze noch ein bisschen tiefer. Aber das ist dann nicht mehr meine Sache. Kommt jetzt auch wieder nach draußen. Prima. Jetzt überlasse ich die Bühne der kleinen Eidechse. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Spy. Hey. Hey. Vielen Dank.